Freunde, dieser Bärenmarkt ist anders, die Geschichte ist anders, die Inflation ist anders, die Bankenkrise ist anders und die globalen Konflikte, ja, sie sind anders, aber die Preisbewegungen spiegeln vergangene Zyklen wieder und deuten darauf hin, dass wir nun die Geschichte wiederholen und ein anständiges 2023 erleben und ein erstaunliches 2024, Freunde. Wie immer lade ich euch herzlich ein zu diesem Video, wie immer jeden Morgen 37 Krypto-News meinerseits. Schauen wir uns mal folgende Grafik an. Das dritte Jahr des 4-Jahres-Zyklus von Bitcoin, also 2017, 2020, 2023, ist ein grünes Jahr, in dem wir von den wichtigen Unterstützungen abprallen und somit ein neues All-Time-High bilden. In jedem Bärenmarkt bewegen wir uns nach unten zur wichtigen Unterstützung und konsolidieren dort für einige Monate, bis wir dann wieder ausbrechen aus dieser Trendlinie heraus und ein neues All-Time-High bilden. 2015, wir konsolidieren nach unten einige Monate, der Bärenmarkt durchbrechen die Trendlinie, bilden ein neues All-Time-High. 2019 war das Ganze ebenfalls im selben Muster zu beobachten und zu sehen und auch 2023 können wir genau dieses Muster für uns auch beobachten. Okay, und für viele von euch, wenn ihr jetzt sagt, hey, Moment mal, Hugo, wir können doch nicht anhand von irgendwelchen Mustern ableiten, wie der Markt auch in Zukunft reagieren wird. Doch, aus technischer Sicht wiederholt sich die Geschichte und das überaus stark, wenn wir uns die drei Punkte mal anschauen und die drei Indikatoren für uns mal feststellen. Dann ja, dann wiederholt sich die Geschichte aus technischer Sicht. Freunde, ich weiß, dieses Mal ist alles auch anders. Ja, wir haben Bankenkrisen und das hatte ich auch eingangs auch erwähnt und eingeleitet. Dennoch ist für mich überaus wichtig, dass ich an die menschliche Psychologie hier auch so ein Stück weit glaube. Denn die selbst erfüllende Prophezeiung, Freunde, die ist einfach nur überaus stark und viele Leute in Krypto gehen ja davon aus, dass wir im nächsten Halfing auch einen weiteren Bullrun sehen werden. Und Freunde, wenn genug Leute daran glauben, dann wird das nämlich der Fall sein. Dann werden alle Handlungen und alle Aktivitäten auch im Glauben dessen gesteuert, dass Bitcoin zum nächsten Halfing dann auch steigen wird. Und genau das wird nämlich auch passieren. Und das zu selbst erfüllenden Prophezeiungen. Kommen wir mal auf eine andere Sichtweise, ja, zu den Banken. Das ist nämlich der Punkt Nummer zwei, warum ich hier stark an Bitcoin glaube. Ja, die Park West Bank All-Time Low. Wir haben die Western Aliens Bank ja fast in einem All-Time Low. Wir haben die Metropolitan Bank auch gerade nicht super. Und Freunde, irgendwie entwickelt sich das Ganze in eine Richtung hinüber, wo wir wirklich ein Banken-Bingo spielen können. Ja, welche Bank als nächstes ausfällt. Ich will das auf keinen Fall schönreden, Freunde. Da sind sehr, sehr viele Gelder im Hintergrund. Sehr viele Menschen haben auch Gelder verloren. Sobald hier wieder ein roter Kreuz reinkommt, dann kann man im Umkehrschluss sagen, viele Leute haben Geld verloren, viele haben ihre Arbeitsplätze verloren, Kredite können nicht zurückgezahlt werden, wie auch immer. Ja, irgendwie, das unterstützt alles Bitcoin, ganz klar. Ja, trotzdem müssen wir auf der anderen Seite auch die praktischen Herangehensweisen von Uncle Sam uns mal anschauen. Denn es werden immer wieder Ideen gefunden, um letztlich aus der Schuldenfalle zu entkommen. Denn auch die Herstellung einer Platin-Münze im Wert von einer Billion Dollar soll das Problem lösen. Also letztlich geht es darum, dass Biden und auch Amerika erkunden, ob man eine eine Billion Dollar Platin-Münze als Lösung für den drohenden Schuldenausfall erstellen kann. Denn das Ganze ist anhand einer Gesetzeslücke festzumachen. Denn in dieser Gesetzeslücke heißt es, dass das Finanzministerium erlaube, Platin-Münzen mit einem beliebigen Wert zu prägen. Aber Freunde, ich weiß ja nicht, ob das Ganze überhaupt der richtige Ansatz ist. Aber wenn genau dieser Weg verfolgt wird, kann ich euch Folgendes sagen, dass wir hier mehrere Kreuze haben werden. Und dass letztlich viele Leute auf Bitcoin übergehen werden. Weil genau das eben, ja sowas, nicht möglich ist. Also das wäre dann in dem Fall, Doppelspending, ist bei Bitcoin auf keinen Fall möglich. Ich glaube, diese Nachricht könnt ihr hier alles ändern. Denn die SEC hat nämlich 10 Tage Zeit, um die Beschwerden von Coinbase zu reagieren. So ein Gericht. Und das könnte tatsächlich hier vieles, vieles ändern, Freunde. Diesmal ist die SEC in Zugzwang. Denn sie müssen, ja, das Gericht hat die SEC angewiesen, innerhalb von 10 Tagen auf die Verfügung von Coinbase zu antworten. Und sie müssen antworten. Und das könnte tatsächlich vieles ändern. Werde ich mir anschauen, werde ich beobachten. Finde ich eine starke Sache. Auch CBDCs werden in Florida jetzt verboten. Finde ich gut, ja. Die Regierung verspricht nämlich, dass CBDCs in Florida verboten werden. Finde ich eine gute Sache. Auch diese Entwicklung finde ich eine starke Sache, Freunde. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Und wenn ja, gerne eure Gedanken, eure Fragen in die Kommentare schreiben. Ich wünsche euch allen einen wunderbaren Freitag und auch einen wunderbaren Start ins Wochenende, Freunde. Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao, ciao. Bis dahin. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal.